Bist du noch normal? Der Nehammer kommt ja auch noch ins Sommergespräch und auf das freue ich mich auch schon ganz, ganz extrem. Bezahlst du bar oder mit Karte? Du kannst dir deine Slotte in Arsch reinstecken. Du Scheißhaus, du Eierbär! Wie genau? Du Eierbär! Ich verstehe die Unzufriedenheiten gut.